na hallo alle miteinander so ich hoffe das wird jetzt besser dass es ein bisschen schärfer ist das video mal wieder ein kleiner zwischengericht ja ich arbeite mich vor mit der technik ja bin jetzt die dämmung machen die elektrik kabel habe ich schon verlegt das ging relativ flott langsam bekommt man so ein bisschen raumgefühl hier drin das ist voll geil da wie schneidet man die am besten wer kennt dieses messer noch ich habe einmal was vor jahrzehnten keine ahnung bei einem hier so ein fernsehen werbeding habe ich das mal tatsächlich gekauft das miracle blade schneidet heute noch einmal frei brot und alles und die dämmung schneidet auch einwandfrei ja jetzt mache ich erstmal die wände und dann muss ich nachher mal gucken wie ich das mit dem dach mache da muss ja auch noch dämmung dazwischen mal schauen dann mache ich das erstmal merik fällts auch vielen lieben dank fürs zuschauen und ich halte euch auf dem laufenden tschüss abonnen auf auf abonnen abonnen